Bonjour meine kleinen Beispiels und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Leute und heute spielen wir eine Runde Wer ist es? Mit dem lieben Kidnapp! Und meine lieben Freunde, ihr kennt wahrscheinlich das alte Kinderspiel Wer ist es? Kein Kinderspiel Ist es kein Kinderspiel? Nein, ich bin erwachsen und es ist kein Kinderspiel Und meine lieben Freunde, wer es nicht kennt, würde ich mal sagen, jetzt kommt die Erklärung und dann geht es schon los Willkommen zu der Erklärung von Wer ist es in Wirtner Battle Royale Und zwar meine lieben Freunde, da haben wir ein großes Brett Und da sind ganz verschiedene Sprays aufgelistet Und Leute, wir müssen uns einen Spray aussuchen, was der Gegner dann erraten muss Und dann dürfen wir Fragen stellen, wie zum Beispiel, welche Farbe hat dein Spray? Was ist dein Spray? Also ein Menschlich oder ein Tier? Und dann gibt es am Ende noch ein Match und ich würde mal sagen, viel Spaß beim Video! Okay meine lieben Freunde, und ich würde mal sagen, ich fange an, mein lieber Kidnapp Beziehungsweise, warte mal, wir müssen uns erstmal aussuchen, welches wir nehmen So stimmt Okay, hast du was? Hast du was? Ähm, 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 ähm Okay Leute, ich nehme das da hier Ihr seht's, ich hab da gerade drauf geschossen Hier, das hier Und Kidnapp, bist du bereit, mein lieber? Ich fange an Ja Ist dein Typ, beziehungsweise der Typ, den ich suche Ist da ein Gesicht drauf? Gesicht, Gesicht Menschliches Gesicht Hat ein Gesicht? Ja, hat ein Gesicht Okay meine lieben Freunde, dann darf ich hier nichts zerstören Beziehungsweise eigentlich alles zerstören, was kein Gesicht hat, ne? Ja Also die Spinne hat kein Gesicht Das hat kein Gesicht Das da hier Dieses Baustellenschild, hat das ein Gesicht oder nicht? Nee Nee, okay Sonst habe ich eigentlich alles, was ein Gesicht hat, ne? Oh, nee, hier den Busch noch weg Und, okay, gut, mein lieber, da fällt ja schon viel raus Bist du ein Tier? Ich bin kein Tier Kein Tier, das heißt alle Tiere weg Also alle Tiere weg Nein, Papagei, Digga, da ist ein Bär, Hai Genau Panda-Skin? Panda-Mmm, ja Ja, ist ein Tier Ist auch ein Tier? Ja, nehmen wir mit als Tier Okay, ist auch ein Tier Genau Lama ist weg Lama ist weg Die Eule weg Die Eule Katze auch weg Ja Bruder muss los Lama nochmal weg Digga Okay Also ist schon wenig gerade, Digga Ja Dino weg Ja Okay, Sushi ist kein Tier Sushi ist kein Tier, nein Okay, Bruder, dann bin ich dran So, also dein Wesen hat ein Gesicht Ich würde mal sagen, ist dein Wesen menschlich? Menschlich? Ja, also ein Mensch Also eigentlich deine Frage nur andersrum Weiß ich nicht, Digga, weiß man nicht Wie, weißt du nicht? Weiß man nicht Also es ist kein Mensch Kann ein Mensch sein Ich sag mal so, ich glaube, nee, es ist kein Mensch, Digga Nee Wenn man logisch denkt, ist es kein Mensch Also, ich meine jetzt mit Mensch, also ich meine jetzt mit Menschlich auch so Dämonen-Scheiß-Dreck, ne? Bruder, ich sag so, wenn man logisch da nachdenkt, Digga, ist es kein normaler Mensch Dann, boah, also kein normaler Mensch, okay Äh, die, ja Die mach ich weg, genau Das ist ein Mensch Die mach ich weg, die mach ich weg, die mach ich weg Dann Farbpomber mach ich weg Es ist kein Mensch Hier, Wrestler weg Den lass ich mal da, diesen, diesen Zombie-Typen und diese Zombie-Tusse Die sind zwar auch Menschen, aber man weiß nicht Dann bleibt eine kleine Auge, obwohl die Auswahl ist schon noch groß Und warte mal Ja, okay, du bist dran, du bist dran Okay Ich frag mal auch so easy, bist du, bist du ein Dingens? Bist du ein Mensch? Nein, alle Menschen weg Alle Menschen weg Zack 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 Okay Zack Also ich hab schon ne Vermutung, was du sein könntest Zack Ich hab ne richtig gute Vermutung Und ich glaub, ich treff auch ins Schwarze Okay Echt? Ich glaube Ich bin gespannt, Digga, aber wir sind auch nur sehr, sehr wenige da, Digga Okay Marshmallow ist auch ein Mensch, ne? Ähm, nein, ist nur seine Maske Okay, ist die Marshmallow-Maske Okay, ist nur die Maske Okay, bist fertig, bin ich dran? Ja Also ich vermute, da du ja kein, also du hast ein Gesicht und bist nicht menschlich Ja Das heißt, du bist ein Tier Wenn du das denkst Ja, bist du ein Tier? Ich weiß, ob ich ein Tier bin Ja Das ist so Digga, ich hab keine Ahnung Wie, du hast keine Ahnung? Ich weiß es nicht Okay Dann, dann weiß ich, was du bist 100% Ja, und was? Bist du diese, siehst du diese Katze mit dem Mond? Katze mit dem Mond? Äh, hab ich schon, ja, ja Siehst du die? Rechts daneben, diese Eulenviech Loggst du ein? Ich logge ein Wenn's falsch ist, krieg ich ne Extrakiste Dann kriegst du ne Extrakiste Okay, also ich logge ein, das ist, ich vermute es, weil, weil das, man weiß nicht, was das ist Ist falsch, Bruder Ist falsch? Ist falsch, will ich nicht Okay, dann können wir den rausfahren, meine lieben Freunde Ja, egal, dein erstes Leben ist schon weg Kidnave, du bist dran Ja, Leute, scheiße Okay, Kidnave kriegt schon, kriegt schon ne Special Chest, ne? Ja, eine Special Chest Du kriegst schon, du kriegst eine Special Chest, mein Lieber Jetzt ist die Frage, Digga Ja Du bist kein Tier Nein Du bist kein Tier, du bist Du bist auf deinem Spray Ja Ein Buchstabe drauf Ja Ja? Ja Okay, Banane weg Ja, nein Digga, jetzt fällt alles weg, Digga Scheiße, Leute Oh mein Gott Also bei Kidnave ist jetzt ne richtig kleine Auswahl, okay? Also ne richtig kleine Auswahl Alter, okay Ich hab nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück Also, Bruder, ich hab dich gleich Oh mein Gott, okay Ja, meins ist noch da Ist noch da? Es ist noch da Ich komm mal rüber, ob meins noch da ist, mein Lieber Eins Digga, was ist da passiert? Was ist hier noch passiert, Bruder? Er hat sich reingeschissen, oh mein Gott Okay, mein Lieber, also mein Lieber, also meins ist auch da Okay, Kidnave, deins ist noch da Hast du gesagt Das heißt, du bist kein Mensch Warst ein Gesicht Du bist kein Tier Ne Hab ich das gefragt, bist du ein Tier? Ja, hast du Hab ich gesagt, weiß ich nicht, kann man nicht sagen Aber wie kann man nicht sagen, das kann man sagen Ja, dann sag ich einfach ja Ah, ich weiß, was du bist Was denn? Ich weiß, was du bist Also, ich sag's so Ich logg noch nicht ein Aber entweder bist du links unten diesem Jelly-Typen Weil man weiß nicht, was das sein soll Oder Sushi, Digga Oder das im Brunnen Entscheid dich Aber ich glaub, weil vorhin hast du auch gemeint Wo ich gesagt, wo du gemeint hast Sushi, ich weiß nicht, ist kein Tier, dies, das Ich logg mal Oder warte, sagen wir es anders Hat dein Muster die Farben von weiß, orange und grün? Was ist das für eine Frage, Digga? Da sind die Farben vorhanden Großteils weiß und großteils orange Nein Nein? Nein Also es ist nicht Sushi, okay Okay, dann bist du da, mein Lieber So Dann frag ich mal ganz easy Ja Ist auf deinem Bild Ja Ein Buchstabe doppelt drauf Ja Ja? Ja Okay O weg und das ist X weg, Digga Es ist entweder dieses GG Oder du bist Marshmallow Ich glaub, du bist Marshmallow Aber ich frag das nächste Mal Okay Weil ich darf nicht mehr Richtig Okay, Kid Maeve Ist auf deinem Poster Sind auf deinem Poster Vier Gestalten Also vier Sachen drauf Nein Nein? Ich bin wieder dran Wie, du bist wieder dran? Ich bin wieder dran Du bist nicht diese komische Jelly links unten? Nö Was bist du? Hey Leute, ich hab keinen Plan Was der Typ sein könnte Schreibt es mir in die Kommentare, Leute Wenn ihr wisst, was ich bin Vielleicht Oh mein Gott Schreibt es in die Kommentare, Leute Okay Kid Maeve, du bist dran Also ich hab jetzt nur noch vier Stück zur Auswahl Richtig Das heißt Das heißt Ich muss jetzt irgendeine Frage stellen, die krass ist, Digga Ja Liegt man auf deinem Bild etwas Weißes? Also ist die Farbe Weiß drin? Nein 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 Der Marshmallow bist du nicht Und der Smiley bist du auch nicht Das heißt Okay, es ist 50-50 50-50? Was hast du noch? Was hast du noch? So ein GG So eine Glocke, Digga Und so ein Hexenkessel Okay Ähm Dann bin ich dran, ne? Wer weiß Ja Was anderes kannst du nicht sagen Okay, mein Lieber Leute, ich hab keine Ahnung, was so sein könnte Das Kid Maeve, Digga Warte, warte So ein Brainer Ich weiß nicht Du hast noch alles hier Ja, aber was soll ich denn fragen, Digga Warte Ich sag, bist du ein Tier? Weiß ich nicht Sagen wir, ich will einen Joker, Digga Du machst Du löscht jetzt die Sachen, die unbrauchbar sind Alle Also warte Deins ist immer noch da, ne? Deins ist immer noch da Ich mach mal wegen der Tierfrage, Digga Mach ich jetzt mal die weg Okay 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 Da ist noch Dino als Tier Okay Ja gut, Digga Dann hätt ich ja die Tiere löschen können, Alter Okay, mein Lieber Bist du Kann man dich essen? Nein Ich steh jetzt einfach bei dir die Frage, Digga 5050 Okay Bist du die Glocke? Nein Ja Nein, bin ich nicht, Digga Ich bin dieser Hexenkessel Aber ich hab jetzt noch ne Chance, Digga Was? Das Ding kann sich noch wenden Ich kann auch noch ne Truhe gewinnen, Leute Natürlich, Digga Das wendet sich jetzt Unnormal, Digga Pass bloß auf, Digga Okay Okay, so Nein Okay, meine lieben Freunde Wir machen so, dass Kid Maeve so halber gewonnen hat Halt sie den Maul Ich hab gewonnen jetzt Ich zammel die Münze ein, Digga Ich hab gewonnen, guck Sag, Digga Epischer Sieg, Digga Okay, meine lieben Freunde Und zwar gehen wir jetzt in den Fight Okay, meine lieben Freunde Und zwar sind wir jetzt hier auf der Nuketown Map Und hier wird auch gleich gefightet, meine lieben Freunde Und das ist so unsere Truhen Ich hab hier zwei Standard und eine Special Und der liebe Kid Maeve hat zwei Standard und drei legendäre Kisten Alle sind zufällig, meine lieben Freunde Unten in meiner Leiste seht ihr Die haben wir zufällig hingetan Kid Maeve, bist du ready? Du musst so kurz Einstellungen machen, Bruder Okay, Kid Maeve Ich würde mal sagen, du machst die erste Truhe auf und dann ich Ja, ha, 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 ha Ja, Digga Ich glaub, ich hab gewonnen Ich hab gewonnen Okay, ich mach mal hier so eine Bummi-Chest auf Oh, eine AK und Luftballons, okay Maschallah Damit kann ich dich aber dodgen, Digga Weil du die beiden auf Zweimal die gleiche Waffe, Digga Ja, egal, Digga Okay Dann mach ich nochmal hier die Bummi-Chest auf Oh, Doppelpistolen, geht, geht so Ganz rechts Oh, was war da, was war da, was war da P90 P90, okay, ne Sniper mit Slug Und Sniper Okay, Leute, ich hoffe, ich krieg ne Pump Ich krieg ne Ja, Leute, dann würde ich sagen, geht's los Ja, okay, let's go, meine lieben Freunde Und zwar hat jeder von uns drei Leben Und sobald wir landen, geht's direkt los, mein Lieber Guck mal, wie ihr auf mich wartet, Digga Guck mal, guck mal den an, guck mal den an Oh, 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 Digga Weißt du, wie ich das gedodged hab, Digga Ich hab das grad unnormal gedodged, Digga Komm, Pik Pik, du kleinen Beist Ja, Junge Ja, Junge Wie erobert, Digga Ah, 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 nein, 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 Kid Miff Nein, hallo, hallo Träum nicht Träum nicht, Kid Miff Hä, was war das für ein Move, Digga Ja, zerstört Nice Okay, nice, Leute Wo ist er, wo ist er Äh, Bruder, ich hab ein Infantiergewehr, Bruder Ich seh dich überall Ach, mein Scheiß, ich bin Du Spastier, Alter Okay, komm, piek da Nein, 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 oh mein Gott, Leute, wir kämpfen grad beide so hart um unser Leben Ein Header, schöner Header Doch, auch Wunderschöner Header Noch ein Header Nein, hör auf Nein, ich muss nachlassen Ja Erster Kill, meine lieben Freunde Doch, ich muss nicht nachlassen Oh mein Gott, okay, nice Erster Kill, meine lieben Freunde Wir müssen hier in Deckung gehen Oh, Kid Miff ist hier Er hat Spawnschutz, ich muss weg Ich hör sick Okay Kid Miff, komm doch Du weißt, du hast keine Chance gegen mich Wo ist der? Echt? Wo bist du? Oh mein Gott Okay, er ist da hinten, meine lieben Freunde Nein Oh, noch schön einen Header gedrückt Was? Schön noch einen Header gedrückt Oh Was, warum treffe ich dich nicht? Digga, da hat der, oh, dann werden die krassen Waffen, oder wie? Okay Man kann eben springen, kann man visieren Digga Komm, komm Leute, wir müssen hier noch einmal killen, dann habe ich gewonnen Ne, zweimal noch Nice, easy Digga Jetzt noch einmal Jetzt noch einmal, Leute Easy Digga Deine Gold Chests Pfff, was sind deine Gold Chests, Digga? Was? Digga Digi Wo bist du Kid Mash Wands? Du weißt, ich seh dich überall Oh Ich seh einen Ninja, Junge Okay, meine lieben Freunde Es steht 2 zu 1 Ich muss jetzt aufpassen, meine lieben Freunde Ich muss richtig aufpassen jetzt Kid Mash Warum fliegst du? Wo flie- Wie er mein Jump Hit ausnutzt Er hat auch eins Traurig Nein, nein Oh mein Gott Weg, 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 weg Bruder, ich seh dich Egal wo du bist, das weißt du Ja? Oh Junge Oh Junge Nein, nein Oh Ja Dig, ich hab 23 HP, Leute Oh mein Gott Ich muss den jetzt holen Ich muss den jetzt irgendwie holen Scheiß holst du mich Nein Nein Und tschüss Leute, es steht 2 zu 2 Der kleine Kid Mash, Digga Wo bist du? Nein, nein, nein Traurig aber wahr, mein Lieber Du triffst mich nicht Nein Komm, komm Pieck Komm 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 Oh Bruder, wohin mit deiner Rakete? Ich hab's auch gesehen Was? Header, Digga Oder war das ein Header? Was hast du für Waffen, Digga? Digga Der Arkht Ich bin aus Versehen auf den Jump-Pack getreten Ich bin aus Versehen auf den Jump-Pack getreten Ich bin aus Versehen auf den Jump-Pack getreten Skill, 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 Skill ehhh Und meine lieben Freunde, ich habe das zweite Duel gewonnen Das heißt, es steht unentschieden, meine lieben Freunde Wenn ihr so ein Format nochmal sehen wollt Ich feiere das unnormal, meine lieben Freunde Meine lieben Freunde Schreibt sie in die Kommentare Da machen wir ein Rematch, würde ich mal sagen, KidMave Vielleicht sogar auch auf deinem Kanal, oder? Okay, meine lieben Freunde Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like oder ein Abo da Checkt auf jeden Fall auch mal KidMave seinen Kanal ab, meine lieben Freunde Schaffen wir es bei dem und bei mir Also beziehungsweise bei KidMave 400k zu machen Und bei mir die 200k voll zu machen, meine lieben Freunde Ich würde mich richtig freuen Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video Und... Ciao!